Hi! In diesem Video vergleichen wir für Sie 10 der derzeit besten Laufbänder, getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker, den Kunden selbst. Unterteilt sind Sie in drei Preisklassen. 1. Laufbänder unter 500€ 2. Laufbänder zwischen 500 und 1000€ 3. Laufbänder über 1000€ Das Video soll Ihnen eine Produktübersicht bieten. Dabei gehen wir auf Besonderheiten und Vorteile ein und anschließend erhalten Sie nach jeder Kategorie eine Vergleichstabelle, auf der Sie die Eigenschaften der Laufbänder vergleichen können. Falls Sie eine Kategorie überspringen möchten, finden Sie ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken in der Videobeschreibung unter dem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Laufbänder unter 500€ Nummer 1 ist das F10-Laufband der Firma Sportstech. Es ist ein intelligentes Einsteigerlaufband, das Ihnen alle trainingsrelevanten Daten anzeigt. Einen Pulsgurt bekommen Sie inklusive. Es ist App-kompatibel für Smartphone und Tablet. Außerdem können Sie das Bild auf Ihren SmartTV streamen. Die App bietet die Möglichkeit für individuelle Trainingsstatistiken und Ziele sowie Live-Videos, Coachings und Laufsimulationen z.B. am Strand. Der Aufbau ist sehr leicht, notfalls gibt es fertige Anleitungsvideos auf YouTube. Aufpassen müssen Sie nur mit der Lieferung. Diese erfolgt nur bis zur Bordsteinkante. In Ihre Wohnung oder Ihr Haus müssen Sie es selbst tragen. Es ist für Personen mit einem Körpergewicht bis 120 Kilo geeignet. Das Geräuscharme Sportstech F10 ist besonders für Einsteiger geeignet und für Leute, die kein Problem mit einer schmalen Lauffläche haben. Wenn Ihnen schnelles Gehen oder leichtes Lauftraining ausreicht, könnte dieses Laufband eine Option für Sie sein. Nummer 2 ist der Speedrunner 2000 von ARTSPORT Es ist das günstigste Laufband in dem Vergleich. Sie bekommen alle wichtigen Trainingsdaten, außer die der Pulsmesse. Es ist ein stabiles Laufband, das zum Gehen, Walken oder leichten Laufen geeignet ist. Sie können die Lauffläche leicht mit zwei Handgriffen hochklappen und somit leicht verstauen. Ihr Körpergewicht sollte 120 Kilo nicht überschreiten. Das Fazit Der Speedrunner 2000 ist ein sehr einfach gehaltenes Laufband, was Ihnen beim Preis zugute kommt. Wenn Sie auf die neuen Technologien verzichten können und wirklich nur entspannt gehen oder leicht laufen möchten, reicht dieses Laufband aus. Auch hier bekommen Sie eine sehr schmale Lauffläche. Nummer 3 der Preisklasse ist das F31 Profi Laufband von Sportstech. Die Vorteile Das erste Laufband im Vergleich, das auch für professionelles Training geeignet ist. Sie können durch den mitgelieferten Pulsgurt Ihre Pulsdaten direkt per Bluetooth an Ihr Smartphone oder Tablet senden, wodurch Sie Ihre Trainingsstatistiken in der App optimal tracken können. Die Lauffläche ist stark gedämpft und dadurch geräuscharm, wenn Sie darauf laufen. Sie bekommen zwei integrierte Lautsprecher, die Sie über AUX oder per Bluetooth ansteuern können. Optimal geeignet für Eye of the Tiger beim Training. Außerdem können Sie eine Laufsimulation auf Ihren Smart-TV Stream für realitätsnahe Outdoor-Strecken. Ein kleiner, leicht zu befüllender Ölbehälter verteilt das Schmieröl selbstständig, sodass die Wartung kinderleicht ist. Auch hier sollte Ihr Körpergewicht die 120 Kilo nicht überschreiten. Das Fazit Das Sportstech F31 ist ein Top-Laufband mit einer Maximalgeschwindigkeit von 16 kmh und einer möglichen Steigung von 15%. Ein Blick lohnt sich, wenn Sie ein Trainingsgerät für höhere Geschwindigkeiten suchen, ausgestattet mit sehr guter Technik für das einfachere Erreichen Ihrer Trainingsziele. Für uns der Preis-Leistungssieger dieser Kategorie. Hier sehen Sie die erste Vergleichstabelle. Pausieren Sie gerne das Video an der Stelle, wenn Sie es sich in Ruhe ansehen möchten. Laufbänder zwischen 500 und 1000 Euro Nummer 1 ist das Sportstech F37 Profi Laufband. Es ist quasi der große Bruder von dem Sportstech F31. Dieses Modell hat mehr Leistung und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 20 kmh. Außerdem bekommen Sie eine breitere Lauffläche mit insgesamt 50 cm. Es ist robuster und ist gemacht für ein Maximalgewicht von bis zu 150 kg. Ansonsten hat es wie sein Vorgänger eine 15%ige Steigungsmöglichkeit, ein Dämpfungssystem und eine MP3-Funktion koppelbar per USB oder Bluetooth. Das Fazit Es ist ein extrem leistungsstarkes Laufband, das wenig Wünsche offen lässt. Wenn Sie beispielsweise Intervalltrainings inklusive Sprints mit Ihrem neuen Laufband geplant haben, schauen Sie sich dieses Laufband gerne genauer an. Ein Pulsgurt ist auch hier im Lieferumfang enthalten und Sie haben die Auswahl zwischen 12 vorinstallierten Trainingsprogrammen. Nr. 2 ist das Fitifito FT850 oder FT900. Es ist ein weiteres Powerlaufband. Die 850 und 900 sind nur eine Farbkennung. FT850 ist gleich schwarz und FT900 ist gleich grau. Für den Preis bekommen Sie mitunter die besten Maximalwerte in dieser Kategorie. Belastbar ist es bis 150 kg. Es erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 22 kmh und die Lauffläche ist mit 50,5 cm Breite mehr als ausreichend für lange Läufe und Sprints. Außerdem ist die Steigung bis 20% möglich und es besitzt einen AUX-Anschluss für Musik, die Sie über die integrierten Boxen hören können. Ich persönlich konnte das Laufband bereits testen und es ist wirklich sehr stabil und hochwertig verarbeitet. Das Fazit Wenn Sie ein bezahlbares und sehr hochwertiges Laufband suchen, kommen Sie an dem FT850 nicht vorbei. Das Laufband hat ein sehr hohes Eigengewicht, wodurch es auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr sicher steht. Die Bedienung ist einfach und übersichtlich. Einer unserer klaren Favoriten in dieser Kategorie. Nr. 3 ist das Sportstech FX300 Ultra Slim Laufband Das Besondere an diesem Laufband ist, dass es sehr dünn und relativ minimalistisch gehalten ist. Dadurch nimmt es kaum Platz weg, wenn Sie es zusammenklappen. Trotzdem bekommen Sie eine sehr breite Lauffläche von 51 x 120 cm. Auch hier bekommen Sie von Sportstech einen Pulsgurt mitgeliefert, der mit der Multimedia-Konsole verbunden werden kann und Ihre Pulswerte live überträgt. Das maximale Körpergewicht sollte hier 110 kg nicht überschreiten. Das Fazit Zusammengeklappt kann dieses Laufband kein anderes das Wasser reichen. Da kommt es liegend gerade auf eine Höhe von 21 cm, wodurch es sich teilweise sogar unter einer Couch verstauen lässt. Es ist keine Montage nötig, es ist gut gedämpft und sehr leise. Geliefert wird es allerdings auch nur frei bis zur Bordsteinkante. Nr. 4 ist der Speedrunner 6000 von Artsport Die Vorteile Der Speedrunner 6000 hat auch sehr gute Maximalwerte. Mit 22 km h, 22% Steigung und einer maximalen Belastung von 150 kg lässt es sich am besten mit dem Fitifito FT850 vergleichen. Mit 50 cm ist die Lauffläche angenehm breit und Sie haben insgesamt 99 vorinstallierte Laufprogramme. Das Fazit Es ist sehr stabil und für jede Art von Lauftraining geeignet. Wenn Sie auf Multimedia verzichten können und sich auf das Wesentliche fokussieren wollen, könnte dieses Laufband das Richtige für Sie sein. Das Design wurde vor kurzem nochmal überarbeitet und Sie bekommen es frei bis zur Bordsteinkante geliefert. Jedoch wiegt es auch rund 100 kg. Daher sollten genug Leute für den Transport bei der Lieferung in der Nähe sein. Hier sehen Sie die zweite Vergleichstabelle. Pausieren Sie auch hier gerne das Video. Laufbänder über 1000€ Nummer 1 ist das Maxus RunMax 9.1 Es hat ein zeitloses und modernes Design inklusive schickem LCD Display. Dazu eine extra große Lauffläche mit 55 x 154 cm. Sie können drei Nutzerprofile konfigurieren und speichern. Je Profil können Sie drei manuelle Trainingsprogramme erstellen oder eines der 36 vorinstallierten Programme wählen. Die Maximalgeschwindigkeit ist 20 kmh und die maximale Steigung liegt bei 15%. Es ist Pulsgurt-kompatibel und es liefert einem eine EKG-genaue Herzfrequenzmessung. Der kompatible Gurt von Polar muss separat dazu gekauft werden. Durch ein extra gelenkschonendes Dämpfungssystem können Sie es bis zu 140 kg Körpergewicht belasten. Das Fazit Die Besonderheiten vom RunMax 9.1 sind eindeutig die 140 kg Maximalbelastung und die extra breite Lauffläche. Der Zusammenbau ist einfach, jedoch sollten hier zwei Personen bei der Lieferung zum Transport bereitstehen. Es wiegt ca. 104 kg. Nr. 2 ist das T628 von Nautilus Die Vorteile Das Nautilus T628 kann nochmal mit 20 kg mehr belastet werden, maximal mit 160 kg. Sie haben die Wahl zwischen 26 einzigartigen Trainingsprogrammen. Das besondere bei diesem Laufband ist das Realtime Coaching, das Ihnen live sagt, ob Sie über oder unter der idealen Geschwindigkeit laufen, um Ihr Ziel zu erreichen. Am Ende des Workouts bekommen Sie eine Bewertung des Trainings in Form einer Punktzahl. Ihre Trainingsdaten können Sie per Bluetooth automatisch an die Handy-App senden, in der Sie eine Komplettübersicht Ihrer Trainingsdaten erhalten und so Ihre Ergebnisse besser tracken können. Außerdem hat es integrierte Lautsprecher, einen Lüfter und einen USB-Ladeport, an dem Sie Ihr Tablet anschließen und laden können. Das Fazit Ein Laufband, das Ihnen wirklich beim Erreichen Ihrer Ziele hilft. Sie können zwischen verschiedenen Strecken wählen und diese auf den Fernseher streamen. So können Sie sogar mit Freunden virtuell zusammenlaufen. Außerdem gibt es immer wieder Events, wo alle Nutzer einen Marathon zusammen über das Laufband laufen können. Dort können Sie alle Läufer sehen, die weltweit teilnehmen. Nr. 3 und das letzte Laufband im Vergleich ist das Sportstack F75 High End Laufband. Die Vorteile Die Werte dieses Laufbands sind wirklich High End. Es hat die größte Lauffläche mit 58 x 160 cm und kann bis 200 kg Körpergewicht belastet werden. Die Steigung kann man bis 18% einstellen und die Endgeschwindigkeit liegt bei 20,8 kmh. Es hat ein 15,6 Zoll LCD Touch Display, das WLAN kompatibel ist. Android ist das Betriebssystem, über das Sie auch YouTube Videos, Musik, Amazon Prime Video und so weiter abspielen können. Ein USB- und Kopfhöreranschluss ist auch vorhanden. Vorinstalliert sind 12 Trainingsprogramme, wo Sie unter anderem zwischen Landstraßen, Waldwegen oder Läufen in der Stadt wählen können. Das Fazit Das F75 von Sportstack ist für jeden geeignet, der sein Workout mit Unterhaltung kombinieren möchte. Es wird bis zur Wortscheinkante geliefert und wiegt rund stolze 140 kg. Hier sollten auch mindestens zwei Personen bei der Lieferung vor Ort sein. Der Pulsgurt muss hier separat gekauft werden. Anders als bei den anderen vorgestellten Sportstack Laufbändern. Hier sehen Sie die dritte Vergleichstabelle. Welches Laufband sollten Sie letztendlich kaufen? Es kommt auf Ihre Ziele und Anwendungswünsche an. Wenn Sie beispielsweise nur noch etwas mehr Bewegung suchen und Ihnen Gehen, Walken oder leichtes Laufen ausreichen, dann brauchen Sie nicht mehr als 300 Euro zu investieren. Wollen Sie schneller laufen und trotzdem ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität haben, dann sollten Sie ca. 500 bis 750 Euro einplanen. Suchen Sie nach der besten Technik, den höchsten Maximalwerten und den neuesten Laufband. Inventionen bezüglich Entertainment. Diese Laufbänder bekommen Sie ab 1.000 Euro aufwärts. Da sich die Preise täglich ändern können, haben wir alle vorgestellten Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Dort können Sie auf Ihren Favoriten aus dem Video klicken und gelangen auf unsere Website, auf der Sie neben allen Details auch einen Preisvergleich finden. Von dort aus gelangen Sie direkt zum Onlineshop. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen und freue mich über einen Daumen nach oben, wenn ich Ihnen eine gute Produktübersicht bieten konnte. Abonnieren Sie gerne kostenlos den YouTube-Kanal, wenn Sie keine Videos in Zukunft rund um Haus und Garten verpassen möchten. Falls Sie auch unterwegs über Ihre Fitnessdaten und Gesundheitswerte informiert sein möchten, empfehlen wir eine passende Smartwatch. Die Videos für Damen und Herren verlinke ich Ihnen hier. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Erreichen Ihrer Fitnessziele. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von 4happyhome.com